Der US-Technikkonzern Apple muss umgerechnet mehr als 2 Millionen Euro Strafe zahlen, weil er in Brasilien Smartphones ohne Ladekabel verkauft. Brasilianische Behörden werfen dem Unternehmen diskriminierende Praktiken vor und fordern einen sofortigen Stopp des Verkaufs aller iPhones, die nicht mit einem Ladegerät ausgestattet sind. Der Verkauf sämtlicher Smartphones vom Modell iPhone 12 und iPhone 13 ist bereits verboten. Nach Angaben der brasilianischen Behörden erklärte Apple, die Entscheidung, iPhones ohne Ladekabel anzubieten, sei aus einer, Zitat, Verpflichtung der Umwelt gegenüber erfolgt. Brasilianische Behörden argumentieren jedoch, dass es dadurch keinen wirksamen Nachweis für den Umweltschutz in Brasilien gebe.